jo leute was geht ab kommt wieder am starten herzlich willkommen zu einem infovideo und zwar die minecraft bedrock version hat einen neuen server der server ist pixel paradise und naja mal gucken wie die erwartungen auf diesen server sind es ist ja quasi der partner server von mein will und jeder weiß dass der mein server absolut guck mal bis hier genauso ist wenn wir aufkommen wenn wir aufkommen ich sagte immer noch wenn wir aufkommen abbrechen noch mal beitreten das ist immer die saftstoffe effekt ja kurze fix geht doch so hier sind wir also was macht uns aber so cool es gibt island vulkano spleef und tnt run jetzt ratet mal wieso island und vulkano blau sind wenn wir jetzt hier in den guten store gehen sehen wir schon um irgendein spielmodus zu spielen was blau markiert ist muss man natürlich bezahlen was der vip pass macht das weiß ich selber nicht die beschreibung ist auch wieder 1a der insel pass ist dafür darum den insel links freizuschalten läuft nie ab wenn das ist live time macht dann quasi hier anscheinend irgendeine insel und man kann sich da was aufbauen oder so keine ahnung wenn ihr mal wollt dass ich die ganzen spielmodus mal austeste schreibt es mal in die kommentare und manchmal ein livestream auf twitch das sieht absolut geisteskrank aus ja ansonsten auf jeden fall pay to win dann hier irgendwie profil hier die lobby irgendwie tanzende ananas körper dann geht es hier zu isl das gibt es hier keine ahnung wenn man alles genauer konnten schreibt in die kommentare schreibt in die kommentare was wir als erstes testen sollen entweder island oder vulkano dann machen wir das mal im stream oder so ja das war es denn eigentlich ich sag es nur so wie es ist es ist ein absolut frecher von so einem server der absolut pay to win ist aber naja haut rein euer konkurri bis zum nächsten mal tschüss